Also das nenne ich mal, das nenne ich mal Mädchen-like hier so schön. Oh ey, die ist warm. Ach, ich hab hier noch. Die ist leider noch warm. Die gab es auch nicht kalt. Es gab nur ohne Zucker und ohne Koffein. Was ist das denn? Das ist wie Käpt'n ohne Alkohol. Da machst du noch Cola und Koffein rein und dann hast den Kick des Lebens. Dann hast du das penetrierteste Getränk auf der Welt. Komm, lass uns ein bisschen rumalbern. Die wollen uns rumblödeln sehen. Okay. Aber jetzt hab meine Schuhe raus. Was geht denn ab mit den Legern? Jetzt nicht mehr. Hast du schon auf Dings gemacht hier? Ja, lass die ganze Zeit schon. Soll ich dir mal an meinem Motorrad zeigen, wie viele Kilometer ich da jetzt drauf hab? Komm mal mit. Du kriegst einen Schreck. Die sind mit 38.000 gekauft. Ja. Jetzt hat's er. Warte. Das ist die Inspektionsintervalle. Na, spring rum. Man sieht's nicht. Junge. 40.000. 40.000, 2.500 Kilometer gefahren. In? In? So nicht ganz drei Wochen. 2.500 Kilometer. Ja, doch. Drei Wochen. Viel Fahrer. Ja, Mann. Und der Benz hat in der Zeit keinen Meter gefahren, oder? Der Benz? Nü. Der steht seitdem. Der kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Oha. Die BMW macht einfach mehr Spaß. Ich so. Sagt jemand, der eigentlich kein BMW-Fan war. BMW auf zwei Rädern. Hatte ich im letzten Video gesagt. Ja. Voll fit. Gibt's Mercedes auf zwei Rädern, hätt ich mir Mercedes-Motoren gekauft. Gibt's aber nicht. Gibt's. Brabus gibt's. Ach, scheiße. Gibt's aber so viel wie. Oder er erzählt. Ja, aber gibt's. Ich wollte nur gesagt. Herzlich willkommen in der alkoholhaltigsten Werkstatt ganz Deutschlands. In der geilsten Werkstatt mit den geilsten Typen ever. Oder nicht? Ja, doch schon, ja. Ähm. Dude, mit Mikros, das haut hin diesmal? Ich hoffe. Sieht so aus. Wie, es gibt wieder Beschwerden. Also, bitte seht's uns nach. Wir sind wieder am Probieren. Wir haben gemacht, getan, gedoktert. Leute, GoPro und rote Mikrofone ist eine Katastrophe. Ich glaub, wir filmen in Zukunft mit dem Handy. Dann wär's einfacher. Hochformatabett. Hier? Ja, genau. Genau, genau. Ne? Es geht weiter. Wer will, der will. Das Video ist, glaub ich, schon heute online. Heute... Was? Heute kommt... Wie nennt man das? Keine Ahnung. Oh, wie heißt denn das? Heute kommt... Wenn du die ultimative Aufgabe kriegst, wie nennt man das noch? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ich hab's vergessen. Heute... Ähm... Was hast du noch alles am Moped schon gemacht? Vieles. Du hast eine Telekabel geschraubt. Du hast eine Scheibenbremse geschraubt. Du hast hier, das und jenes. Aber ich hab eine Überraschung für dich. Was du heute machen darfst. Uuuuh... Alter, das ist Windisch Motor, oder? Yes! Alter, wie geil. Alter. Ich hab schon, um's dir ein bisschen leichter zu machen... Alles, was doof ist, raus. Also, Kickstatterwelle doof, Kurbelwelle doof. Die Dinger doof. Doof. Die Feder, auf jeden Fall doof. Junge, was mit dir passiert? Kickstatterritzel, auf jeden Fall doof. Aua! Kriegst du das rauf auf die Kamera? Uuuuh. Auf jeden Fall richtig doof. Junge, wer hat das angekickt? Er muss ja guten Kick gehabt haben. Guck, guck hier. Oh nein, das sagt mir jemand. DKF DDR. Und schwarze Simmerringe. Das heißt, der Motor war noch nie auf. Siehst du das? Also, habe ich vorbereitet für dich. Koppelwelle und Lager liegen im... Eisfach. Eisfach. Dann... Ui. Das ist die Schaltung für den vierten Gang. Neues Kickstatterritzel. Die Ritzel hab ich alle geprüft. Schaltklauen. Blablablub. Alles sauber gemacht. Was wir brauchen. Hohlschaltwelle, eine neue Kickstatterwelle. Segment für die Schaltung. Das Ganze muss natürlich auch mit dem Motor abgedichtet werden. Da kommt dann hier diese kleine Dichtung rein. Und... Boah. Challenge. Das sind die Sicherungsgänge. Ich glaube es. Ja. Ja. Cool. Du wirst also einen Heidenspaß haben. Das ist Seitendeckel. Der kommt ganz zum Schluss. Dann haben wir natürlich auch passend dazu... Uh. Kleinteile. Einmal neu. Sprengring und den ganzen Käse neu. Hier machen wir ja dann... Diesen Quatsch dann. Das packt sich schon mal aus, damit jeder sieht. Schön. Dann kommen dann diese Dinger rein. Ja. Wie gehabt, ne. Bei AKF in jeder Tüte nur eine Schraube. Deswegen ganz viele Tüten. Oh, ich liebe es ja. Die Tüte lässt sich gut aufreißen. Mhm. Zimmerringe dafür. Nicht auch alle Einzelne, oder? Die sind... Doch, alles Einzelne. Weißt du, was das Coole ist, wenn du die hier rein drückst? Die haben hier so einen Bund. Die können nicht rausrutschen, so wie die original. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch ein paar braune Zimmerringe hier. Den Kolben habe ich ein bisschen aufgeweicht, damit der ein bisschen sauber wird. Kommt später. Hier ist Zylinder. Zinnende Kopf, Seitendeckel. Dies, das, jenes. Ein paar neue Schrauben. Das wird ein Spaß. Hast du Bock? Ja, hab ich Bock drauf, Alter. Ist schon geil aus, das jene. Hast du Bock? Ne, äh... Ne, deshalb... Das müssen wir noch anfangen. Pass auf. Also... Das ist ja das Gehäuse, was uns Venandi-Modus umgebaut hat. Stimmt, das ist ja eigentlich ein Special, genau. Das ist ja eigentlich das Dreigang. Venandi-Modus hat hier unten gefräst, da, diese Bolzen eingezogen, hier gefräst. Dann wird hier was gefräst, dann wird hier für diese Stütze hier... Die haben wir auch gefräst, ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal die Schaltung. Wir puppeln das... Oh, das hast du ja auch schon zusammengestellt. Ja, das hab ich nur zusammengesteckt, damit ich sehe, ob's alles schön läuft. Also die Zahnräder sind echt... Kann man zeigen, die alten, die sind echt gut noch. Die neue. Ja. Ja. Also da kann man nix sagen. Die sind noch gut, ja. Ja, und das hier auch, ne. Das... Das hab ich ja alles sauber gemacht. Alles was, wie gesagt, ich hab's alles vermessen und so weiter. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie wir dann besonders das hier rein kriegen, diesen Ohrring raus. Da bauen wir die Schaltung ein und da seid ihr nicht dabei, weil wir machen dasselbe zum ersten Mal. Gucken mal, ob alles passt, weil er ja frisch gefräst ist. Weil das wäre jetzt, das wäre jetzt für euch hier ein Video, zwei Stunden, keine Ahnung, probieren, links, rechts, machen, tun. Wir erklären es dann euch, was wir gemacht haben. Genau, wenn es drin ist. Wenn ihr im Video sehen wollt, wie einer so eine Schaltung komplett einbaut, der Typ von NF Performance, der zelebriert das, Motoren. Ja. Und der Zweiradgeber hat's auch. Deswegen müsst ihr das bei uns nicht sehen. Aber, in den letzten Kommentaren hat einer gesagt, die wird mich schon ganz gerne mal sehen, wie wir einen Motor zusammenbauen. Wir holen euch aber erst dazu, wenn das Schaltungsgedöns drin ist. Ja, wir zeigen nur die spannenden Sachen, würde ich sagen. Weil, ich mein, wie die, also, ja. Ja, wir müssen es halt kurzweilig machen. Also. Weil es guckt ja sonst keiner. Genau. Also, für uns ist, vergeht jetzt vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde für euch, zehn Sekunden, fünf Sekunden, drei. Ne. Ach, weniger. In Schnitt. Drei, zwei, eins. In Schnitt. Are you ready to rumble? Ja, Abfahrt. So. Zehn Sekunden später. Genau. Der Kameramann ist bedroht. Zehn Sekunden, ja, genau. Wo ist mein Tuch? Ähm, das eine ist ins Feuer geschmissen. Habe ich das ins Feuer geworfen? Ja. Nein. Doch. Achso. Echt? Wo verschwinden die blauen Tücher? Ja. Nein, das habe ich nicht ins Feuer geworfen. Deine... Hier habe ich das hingeworfen. Hallo. Ja. Es ist, also dieser Motor... Es ist dunkel geflossen und Schweiß. Und viel, viel Käpt morgen. Genau. Wie war das so? Genau. Dirk, erklär mal kurz. Kamera hier ohne. Wir haben den Scheiße jetzt hier gemacht. Wir haben das hier alles eingebaut. Diese Grinsebacke. Ich gebe euch einen Tipp. Ich kaufe vorher eine gescheite... Sprengringzange. Ja. Für Mini. Für operativ große Sprengringe. Siehst du das, Nikas? Ja, hol mal die Kamera drauf. Diese kleinen Sprengringe hier auf der Grinsebacke. Mhm. Aber echt ätzend. Der geht hier noch. Der da. Ich sehe ein Blut im Gehäuse. Ne. Ne, oder? Ne, das ist Klatschmaster. Das war Klatschmaster. Pass auf. Was wir jetzt machen. Eileen. Oh, wir machen das Ding warm. Jawohl. Genau. Damit wir hier nichts abfackeln. Papier ein bisschen weg. Wollen wir es abfackeln? Ja, was? Nein. Wir machen einfach hier ein bisschen warm. Und zwar... Also, Eileen, du gehst jetzt hier rein. Das Lager, das Lager, den Lagersitz. Das erwerbst du alles ein bisschen. Beziehungsweise... Wir machen erstmal was für die Kamera, damit es ein bisschen lustiger wird. Ähm... Ach, du willst den Anschlag reinmachen? Ja, warum denn auch nicht, ne? Nein. Nein, ich will das nicht. Du willst das. Jeder will das. Ach, Mann. So, pass auf, ich mach erstmal hier in... Okay, cool. Hm. Cool, hast du gut gemacht, ja. Hier, wenn man von Miss Simson schon veralbert wird, dann hat man es auf jeden Fall geschafft. Ach so, der muss ja zusammen gedrückt werden. Hier ist die Arbeit. Hm. 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 Dann nehm ich die falsche Zahn. Hm. Hm. Das ist so... Dann müssen wir schön die Hände in den Hosen lassen. Hose unter die... Hände unter die Bettdecke. Ist nicht unter die Bettdecke. Unter die Bettdecke. Ey, ich wusste... Siehst du überhaupt was? Oder filmst du wieder nur von der Eileen die nackten Körperteile? Das könnt ihr auch auf einen anderen Blick. Bei Onlyfans. Nein. Mann. Aber jetzt mal ohne Scheiß Eileen, da könnten wir Geld mitverdienen. Die sind ja die 100 Euro hier YouTube Albusen. 100 Euro? Was für 100 Euro? Wir liegen unter dem Auszahlungs... Wir liegen unter dem... Nein, nein, wir liegen drüber. Hallo. Gebt euch Mühe. Wir sind über 100 Euro. Man kann uns auch spenden. Ach so. Wir liegen unter dem Auszahlungsbedarf. Leute. Man kann uns auch spenden. Hier bei uns auf der Website ist eine Paypal-Adresse. Schieb mal ein bisschen Kohle rüber hier. Weil das kostet alles scheiß viel Geld hier. Hier so einen Motor nur, damit ihr seht wie es funktioniert. Ja, den haben wir extra nur gekauft. So einen Viergang-Motor nur für uns. Extra auch nur lackiert, dass es schön aussieht für die Kamera. Jetzt darf ich was heiß machen, ja? Nein, wir müssen hier erstmal das Ausgleichsmaß messen. Und zwar... Ah ja, stimmt. Da war ja was. So. Achtung, Eileen. Du musst ausrechnen. Ich messe... Ich hole den Taschenrechner raus. Jawoll. 23,01. Plus... 27,49. 27,49. Ist gleich. 50,5. Das Maß muss sein 50,2. Also nur eine Dreier-Ausgleichsscheibe. Dreizehntel-Ausgleichsscheibe. Dreizehntel-Ausgleichsscheibe. Warte, warte. Hier irgendwo. Warte noch Ausgleichsscheiben. Warte. Ich finde. Ich finde. Mhm. Cool. Trinkst du gerade neben mir alkoholfreie Getränke und machst dich über mich lustig? Scheiße, wo war denn das? Hier. Ich trinke das, weil das offen war. Aber wir lachen nicht mit dir. Wir lachen nicht. Ja, ich weiß. Ey. Wer ist denn weg der Telefon? Wolltest du nicht Flugmodus reinmachen? Das muss ich mal gucken, wer anruft. Warte. Trinkohr, das eigene sich. Oh, geh doch mal so ran, bitte, wenn das ganze Ding am Ohr... Ja? Grüß dich, Dirk. Ich bin Trinkohr, servus. Mahlzeit. Ich habe gerade ein Radio am Ohr wegen dir. Ein Radio am Ohr? Okay. Ja, weil mein Handy steckt im Radio. Und du bist mitten in unser Video reingeplatzt. Hallo. Sag hallo und voll Lustig. Sag mal, sag mal. Hallo, ich bin Rico aus Eidengesäß. Hi, ich bin Rico aus Eidengesäß. Ist auch genauso eingereichert. So, sag an, was geht? Ähm, hattest du nochmal geschaut? Take out, ja. Ich bin zu oft mit. Boah, ich mach der Eidengesäß mal Feuer. Dankeschön. Hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Für YouTube. Für die Likes. Ich brenne dir mal die Nase. Ich gebe mal ein paar Lager aus dem Eisfack holen. Aydin macht warm. Ich kaufe das Weizenbeständigerlack, mit dem du es eingepinselt hast. Ich mach den jetzt warm. Welches hast du, das große? Ich weiß mal... Nee, noch nicht. Ich weiß mal... Uh, es warm. Ja, ist es das? Echt? Minimal. Ah, passt nicht an, das ist heiß. Was ist denn das hier? Das passt zu da an, oder? Ich glaube, das hier ist das andere, oder? Yeah. Yes, Baby. Batsch. Sehr gut vorbereitet, muss man dazu sagen. Hey, ich weiß, wie es geht. Außerdem sind wir Profis. Das ist bei uns hier Standard. Sind alle normal? Ja, ja. Wenn du auf den Außenring klopfst, passiert ja nichts. Nö, Innenring ist scheiße, aber Außenring macht demnächst nichts. Da hat jemand Nüsse, Alter. So, jetzt lassen wir das ein bisschen erwärmen. Sieht jetzt wirklich sehr gut aus, ja. So. Lass dir mich mal kurz arbeiten. Ja, natürlich. Ganz kurz. Niklas, du müsstest mal aus der Ecke rausgehen, ganz kurz. Weil da ist nämlich... Ja. Baby. Ja. Hier haben wir nämlich... Wo ist das warm? Ah, scheiße ist das heiß. Ah. Da stellt sich einander ab. Du letzt noch nicht, oder? Ah. Wie viele Jahre revidierst du Motoren? Ja. Da ist so ein... Ja, doch. Ja. Ne, 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 ne. Ja. Mann. Ah, scheiße ist das heiß. Hier. Da ist das Loch. Ja, der hat nicht mehr... Da ist das Loch. Hat er ja nicht gesagt. Doch, hier ist ein Loch. Ah. Heiß. Ah, Kugelwelle. So. So haben wir's. So möchten wir das. Mann, sind wir Profis. Alter. Das muss Kanten bleiben. Das auch. Das auch. So haben wir's. So möchten wir das. Mann, sind wir Profis. Alter. Das muss Kanten bleiben. Das auch. So. Zu kalt. Das ist ja Pech, ne? Ja, die erwärmte Schmühle, hm? Ja, die erwärmte Schmühle, hm? Gib mir hier mal ein bisschen. Feuer? Hm. Hier, hier. Hier, die Schlange. Warte, ich mach's schnell selbst. Oder du könntest die Kurbelwelle holen, die im Eisfach liegt. Ja. Mach's dir mal selbst, ja. Boah. Habt ihr mal hier rausgeguckt, wie schön das hier draußen gerade aussieht? Guck hier. Da soll doch was rauskommen, das wird nicht zugeschweißt. Mal den schönen Sonnenuntergang gesehen. Mal den schönen Sonnenuntergang gesehen. Mal den schönen Sonnenuntergang. Kurbelwelle ist da. Ja man, Kurbelwelle. Ich liebe Kurbelwelle. Ich muss aber erst den Simmering ölen. Schön, bisschen Schmatze dran. Jetzt kommt mein tolles Krieg. Jetzt sind wir auf YouTube gesperrt, weil wir mit ölischen Fingern in irgendwelchen Löchern rumgepullt haben. Da ist ein bisschen Blut dran, aber das geht noch. So Eileen, willst du dir? Wir müssen gucken, das muss da oben. Möchtest du sie einsetzen? Pass auf, wenn die auf Anhieb drin ist, alles gut, alles safe. Aber verkannte diese Scheißprobleme. Ich habe keine Einziehverrichtung. Soll ich es lieber machen? Ja komm. Oh, ist die kalt. Sag ich ja. Ne, oder? Doch. Sorry, sorry. Ah, Stadtposition, Alter. Scheiße jetzt. Kannst du noch mal machen für die Kamera? Hast du das nicht gefilmt? Ne, nicht ganz. Ich habe gerade deine Stadtposition gefilmt. Ich will noch was anderes gucken, wie gut die drin sitzt. Ja. Gut, ja. Ist jetzt gut. Nicht, dass jetzt wieder rausfällt, Dirk. Die kann nicht rausfallen. Zu straff wie die reingehend. Wir machen hier mal ein bisschen. Sorry. Ein bisschen Schmatze. Schmatze. Das ist gerade alles rausgelaufen mit der Baker. Nein, das ist... Lass mal laufen. Die drehen sich halt nie so leicht, weil der Simmering halt schon mit drin ist. Bei den M500 Motoren drehen die sich leicht, aber das gibt es schon. Schön, CT-Tune, weil man immer noch putzen, damit man das... Weil eigentlich sieht die viel, viel schöner aus, die Kurbelbälle, wenn die nicht so angelaufen ist und nicht so ein Fett drauf ist. Ja, das ist mal richtig. Warte! Warte doch mal! Warte! Ey, warte! Was denn für eine Warte? So. So. Eileen, was muss als nächstes rein? Du hast es angeguckt. Wir brauchen das. Ich hab's mal. Und das. Ja. So. Und das muss, glaub ich, hier rein. Das passt hier denn eins davon, ja. So. Dann das, das. Ich glaub, das hier muss hier rein, oder? Hier ist der Gegenhalter. Ah, müssen wir nicht erst die Zahnräder drauf? Ich weiß nicht. Ich glaub, das muss hier rein. Das kann man ein bisschen klopfen. Warte. Wenn die Zuschauer wissen, was die Werkkrankung gerade gemacht hat. Das ungefähr. So ein bisschen klopfen war da. Ich mach mal ein bisschen Öl dran, da ist jeder zufrieden. Ich glaub, Öl sollte da immer schön... Wie leise das plötzlich ist, wenn da Öl dran ist. Sag mal, hast du Klatschmaß da drin? Ja. Ja, Mann, ja, Mann! Warum? Weil ich's kann. Wir brauchen hier... Weil ich's bezahlt hab. Was glaubst du, was ich alles schon in dieser blöden Werkstatt bezahlt hab? Das ist das Große. Zu wenig. Ah, das kommt... Blöde Kuh! Ah! Der ist halt frech. Nee, Quatsch. So rum, oder? Die schmale Seite nach unten. Hier oben kommt sie jetzt. Was ist denn hier jetzt? Hier hab ich dich drin. Okay. So, ich kann mal wieder anmachen. Ja, kannst wieder anmachen. Warte. Warte. Der hat ein kleines Problem gehabt. Na, in der Zeit ist schon heute mit dem Motor zusammen. Na, na. Gebrochen Öl. Es scharpt. Ich wollte ja noch mal kurz erklären, was hier passiert ist in der Zeit, wo ich den Akku gewechselt hab. Wir haben ein paar Zahnblätter eingesetzt. Das muss ja alles irgendwie so... Irgendwie so aneinander... Ja, das sortiert sich dann mit der Zeit. Oder tut's jetzt nicht aus mit der Zeit? Scharm, scharm, klack. Okay, jetzt ist es gut. Entweder es funktioniert oder es geht jetzt. So. Ähm, es muss ja alles irgendwie rein, ne? Ähm, warte mal. Hier. Ne, das muss hier rein. Ja, stimmt, dass es ging. Stimmt. Aber weil das hier klappert, brauchen wir hier irgendwie so eine Anlaufboxe. Weil das muss ich nämlich frei drehen. Das ist nämlich... Kickstatter. Kickstatter. So, dann bauen wir eine Feder ein. Und das machen wir so oben rein. Cool. Juhu. So, und damit das da unten bleibt... Kommt eh da drauf. Machen wir den Klaus hier drauf. Warte, wir brauchen eine Zange. Ähm... Wenn man mal eine Zange braucht, ist keine zur Stelle. Ne. Nicht mal eine Flachzange. Ach doch, die steht hinter der Kamera. Warte. Klappe. 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 Sekunde, halt nochmal unten. Mhm. Klappe. Du musst gleich jetzt in dem Ding. Klappe. Das ist aber noch nicht... Klappe. Drückst richtig Spannend. Klappe. Jetzt? Jetzt. Gut. So. Jetzt müssen wir gucken, dass das Kickstatter-Ritzel sich freidreht. Und immer schön da raushüpft. Weil das ist nämlich wichtig. Du musst nämlich raushüpfen. Sonst hast du Dauer-Kickstatter. Ja. Ist auch gut. Tut's. Tut's. So. Was haben wir jetzt noch hier? Hier ist noch... Da haben wir noch so ein komisches Zahnrad. Passt das hier? Genau da drauf. Geil. Das passt. Cool. Ähm. Haben wir noch Zahnräder irgendwo? Ja, am Kickstatter-Ritzel. Kickstatter? Kickstatter? Geil! Können wir das mal rumdrehen? Und da muss noch die Feder noch mit rein, oder? Ja. Das ist mein innerer Mock. Ich muss das so rummachen. Ist bei der Feder nicht egal wie rum? Zerk? Hm? Ist bei der Feder egal wie rum? Ne. Wir brauchen eine Anlaufscheibe. Ah ja, die gibt's auch noch, ja. Dicklaus. Ähm. Aber hier fehlt noch was. Hier fehlt auch noch eine Scheibe. Anlaufscheibe. Hm. Hm. Da ist noch eine, aber... Warte mal. Also wir machen mal den hier. Das muss irgendwie so... Das hab ich doch grad gefragt. Ja. Ja. So. Da muss aber hier eine Anlaufscheibe rein. Ja. Auch mit diesem Ding. Die lassen wir hier reinfallen. Ja. Dann muss das hier rein. Und dann in diese kleine Einkantung da. Ach. Du triffst das Loch nicht. Du ahnst dafür nicht. So. Ja, jetzt sitzt der dran. Aber jetzt ist eigentlich... Kommt der nicht. Kommt der nicht. Eigentlich. Der muss auch geteilt werden. So rum. Und dann kommt der Bolzen rein. Ja, ja. Schatz! Wir sind die besten Motorenbauer der Welt. Allein grad, wenn Leute so denken, die meinen das nicht aus Joke so. Und das kommt was da drauf. Oh, guck mal. Am süffrig, guck mal, das macht was da drauf. Warte mal kurz. Ob der auch... Also wir haben total den Klug was da dran. Er hat Bock. Er hat Bock. Der geht gut. So, pass mal auf. Das jetzt... Das passt... Wir kriegen das schon hin. Wir brauchen zwingend hier so eine blöde Anlaufscheibe. Egal wie. Was ist denn das für eine Scheibe überhaupt? Ach, hier kommt die Kupplung. Ja, Moment. Moment, warte mal. Ich geh mal gucken. Hier bei diesen Alt-Teilen. Da liegt doch bestimmt noch was rum. Wir haben... Wir sind... Wir haben jahrelange Erfahrung, wollte ich sagen. Ich freu mich. Jetzt mal wieder aufhören. Nein. Ey, ich fühl mich... Ich fühl mich gemacht. Eileen, ich hab keine Anlaufscheibe. Ja, dann Video Ende, oder? Würdest du sagen? Fertig. Nein. Nein. Aber warum? Nein, wir sehen uns nicht. Wir machen hier... Wir ziehen das jetzt durch. Wo ist denn die Schachtel mit den Teilen, die hier rumgeschimmelt hat? Welche? Wir haben hier... So, Lagerwärme ein bisschen an. Find ich noch einen zweiten Heizfilz? Ja, hab ich. Hab ich keinen Bock drauf. So, Zange haben wir perfekt. Also, wir hatten jetzt die ganze Zeit gesucht nach einer Anlaufscheibe hier für das Zahnrad. Brauchen wir tatsächlich nicht, weil die hat einen Absatz. Kann man das erkennen auf der Kamera? Das ist schon sehr abgefliffen. Ja, aber die, die einen Absatz haben, brauchen keine Anlaufscheibe und die ohne Absatz brauchen eine. Die brauchen eine, ja. Ja. Wir haben das ein bisschen übersehen. Kein Ding. Kriegen wir hin. Ähm... Du schnappst dir schon mal deinen Gummihammer. Genau. Und wenn ich sag jetzt, klopfst du mir auf die Finger. Okay. Jetzt auch richtig drauf, ja. Jetzt. Danke. Hast du wehgetan? Na ja. Beim ersten Mal tut's immer ein bisschen weh. Oh Mann. Das ist schweißig. Ja, genau. Kannst du da langt? Ja, du merkst das doch. Ja, das fällt sich ja nicht an, als wenn es... Du kommst du hin? Nee, muss noch. Warte ich mal. Okay, da... Also, okay. Ja, aber es liegt an, ja. Das passt. Jetzt machen wir ein bisschen Öli. Die Glutschmaster. Ey, der Pantre ist ja richtig schuld. Hihihi. Ja, stimmt. Hihihi. Irgendwo hin mal. So. Jetzt haben wir das alles montiert. Bevor die Aileen wieder abdreht und macht... Hihihi. 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 Heiß, ja. Also, was jetzt als nächstes kommt... Abkühlen. Das lassen wir jetzt abkühlen. Wird heute nix mehr, weil wir haben die Grill schon an. Wir wollen noch was essen. Eben drum wollen wir aber rausziehen. Moment, was ihr jetzt gleich seht, ist dann schon wieder der nächste Tag oder der übernächste oder einfach, ne. Wir lassen das abkühlen, das wird kalt, das Lager wird kalt. Dann machen wir hier eine Dichtung drauf, machen das alles schön sauber, richten das aus und dann machen wir das zu. Wir gehen jetzt grillen. Jo. Für euch sind es nur wenige Sekunden. Für uns gibt es jetzt einen schönen entspannten Grillabend. Jawohl. Das haben wir uns auch verdient, oder? Genau. Wenn ihr fandet, dass das ziemlich dilettantisch aussah, gebe ich euch recht. Lasst ihn halt da. Aber der Motor wird funktionieren. Da drin hängt auch schon so ein Viergangmotor und der fährt wie Zucker. Ja. Aber das ist echt. Habt ihr ja im letzten Video gesehen. So. Wir gehen grillen. Bis gleich. Jo. 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 ich den Rest zusammenbaue. Ihr guckt mir einfach auf die Finger, das ganze im Schnelldurchlauf, ein bisschen hübsche Musik dabei, damit ihr seht, dass wir den Motor auch selber zusammenbauen. Wir haben oft an euch gedacht und haben auch was mitgebracht, die da in der Sonne steht, schaut sie euch an, sie ist wunderschön. Das wäre doch gelacht, wird sie gleich angemacht und jetzt kann es auch gleich losgehen. Hey Leute, es ist Sommerzeit, da ist es wieder mal so weit, da werfen wir die Kisten an. Hey Leute, es ist Sommerzeit, da ist es wieder mal so weit, schmeiß doch deine Zimmer an, okay? Fahren wir durch jenen Stadt, machen wir die Roller platt, so was wollen wir hier nicht sehen, ihr könnt mal schnell nach Hause gehen. Wer hat die Milch gebracht, hat mich fast tot gelacht, so kann das nicht weiter gehen. Hey Leute, es ist Sommerzeit, da ist es wieder mal so weit, da werfen wir die Kisten an. Hey Leute, es ist Sommerzeit, da ist es wieder mal so weit, schmeiß doch deine Zimmer an, okay? Wie ihr Mode dann komplett steht, ihr hört, mein Hund braucht Aufmerksamkeit, somit ist das Video zu Ende. Vergesst nicht zu abonnieren, Daumen, Glocke, ganz so gedöhnt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.